Und damit einen wunderschönen guten Abend bei den News von Chromie.de. Wir haben einen neuen Alpha-Bild und der ist richtig pickepacke voll. Ich habe jetzt so den ersten Schwung dicker News hier für euch. Die gehen wir jetzt zack, zack, schnell durch. Damit ihr informiert seid, sollte ich über Nacht noch weiteres in den Daten finden oder in der Alpha generell, dann werde ich einen zweiten Artikel auf Chromie.de aufmachen und dann habt ihr morgen früh dazu noch ein News-Video. Wir gehen rein. Und zwar haben wir die neue Menschen-Volksfähigkeit. Die Diplomatie wurde ja in The War Within rausgenommen, also dass der Mensch in World of Warcraft einen Rufbonus hat und schneller Rufleveln kann als alle anderen Völker. Das war jetzt auf die Zukunft gesehen ein bisschen unfair, gerade mit dem Bereich jetzt Warband und so weiter. Und dafür kommt jetzt ein Neuer rein. Und zwar der Neue ist No Place Like Home, also kein Ort ist wie zu Hause. Dieser macht, dass euer Ruhestein fünf Minuten weniger Abklingenzeit hat und ihr habt zwei Aufladungen von dem Ruhestein. Ich würde es euch gerne zeigen. In The War Within funktioniert es aber leider nicht. Es ist auch noch ein Placeholder-Name. Achtung, der könnte sich noch ändern. Finde ich aber eine coole Sache. Als nächstes, wir haben das Schlüsselsteinmeister-Reittier für die erste Season. Und zwar der Diamond Mech Suit. Sieht ziemlich cool aus, ist schon ein sehr geiles Ding. Ob es final ist, weiß ich nicht. Es kann gut sein, dass hier so ein paar Farbanpassungen noch fehlen. Denkt dran, das ist die Alpha. Ansonsten finde ich den Mech Suit cool. Wir haben ja so ähnliche Mech Suits rumrennen, die wir da schon so kriegen mit den gleichen Animationen wahrscheinlich. Finde ich schon eine sehr coole Sache. Ist auf jeden Fall besser als der aus Dragonflight, oder? Schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare unten rein. Würde mich echt interessieren. Dann haben wir wieder Glyphen. Wir wissen noch nicht genau, wofür sie sind. Auf jeden Fall, ihr kennt ja noch die Drachenglyphen aus den Dracheninseln, die ihr einsammeln müsst, um eben eure Drachenskill-Punkte zu bekommen. Und wir haben in The War Within auch wieder solche Glyphen überall rumfliegen. Wir haben den Erfolg, also wenn man durchfliegt in The War Within jetzt in der Alpha, hat man den Erfolg schon automatisch. Also das gilt auf das Gleiche, wie jetzt wenn man den Drachenreiten-Erfolg hat. Ob es dafür ist, dass neue Spieler da sich Punkte holen können, wenn sie das nicht auf den Dracheninseln tun oder so, das wissen wir derzeit nicht. Kann auch sein, dass, sie haben ja mal angekündigt, dass die Glyphen zurückkommen sollen, aber dafür kriegt man nur irgendwelche optischen Anpassungen. Kann sein, dass die einfach nur noch nicht richtig, ja, zugeordnet sind und wir für diese Glyphen irgendetwas bekommen werden. Dann ist noch interessant, und zwar, wir kriegen hier irgendwie gesagt, dass die erste Season von den Tiefen in zehn Tagen beginnt. Das kann sein, dass wir wirklich in zehn Tagen, also dass die Beta dann, diese Woche wird wohl nichts mehr da, wir jetzt einen neuen Alpha-Bild bekommen haben, aber nächste Woche sieht es dann sehr, sehr, sehr zuverlässig aus, dass wir ein Beta-Bild bekommen könnten. Dann passt es auch schon eher mit der Beta-Laufzeit, mit unserem ausgerechneten Pre-Page-Launch und The War Within-Launch. Auf jeden Fall werden wir da die erste Season der Tiefen testen können und mal gucken, was da so passiert. Werdet ihr natürlich bei mir auf twitch.tv.de sehen. Nicht chromie.de, chromie.de. Dann haben wir noch etwas für die Arena-Dudes, und zwar in jeder Arena-Karte, also wenn ihr euch jetzt aqueut für eine Arena mit eurem Maid oder Solo, wie auch immer, dann ist dort ein Hebel. Wenn jeder Spieler diesen Hebel einmal klickt, springt die Zeit, die noch bleibt, bis das Match startet, automatisch auf zehn. Das heißt, ihr könnt so um einiges die Wartezeit verringern. Das ist eine ziemlich coole Sache, soll auf jeder Map sein. Dann haben wir jetzt noch die Map-Karte von Heilsturz. Die ist schon mal da von Hollowfall, sieht sehr, sehr, sehr cool aus, gerade mit diesem großen Ozean und das hier doch noch ein bisschen Landmasse ist. Ist schon eine sehr, sehr coole Map, auch wie sie es visualisiert haben, wo so diese, ja, Säulen sind, die da immer bis zur Decke gehen. Ist schon sehr, sehr, sehr cool. Außerdem ist es so, in jeder Hauptstadt, also in jeder der vier Zonen, ist ja eine Hauptstadt, und diese zeigt euch jetzt, wenn ihr drüber fahrt, das ist ein neues Symbol, und diese zeigt euch dann, welche verfügbaren Quests es dort gibt. Das ist eine ziemlich coole Angelegenheit, möchte ich sagen. Außerdem bekommt ihr einmalig eine Fotosensivitätswarnung, wenn ihr The Woes Inn startet, was einfach nochmal auf Epilepsie und alles Mögliche warnen soll. Das war's mit der ersten, ich sag mal, kleinen Flut zu diesem Alphabild. Alles habt ihr nochmal schriftlich auf crombybook.de, und wie gesagt, kommt noch mehr, vielleicht heute Nacht noch eine News, oder morgen früh, je nachdem. Danke fürs Einschalten, Abo dalassen, Daumen nach oben, Kommentare, Kommentare, Algorithmus muss gefüttert werden, meine Lieben, und wir sehen uns in der nächsten News. Servus und Ade. – – – – – – Untertitelung des ZDF, 2020